beschimpft hat oder beleidigt hat, obwohl er beschimpft wurde, beleidigt, geschlagen wurde, gemacht, ungetan, was soll ich denn sagen? Vergleicht euch nicht mit dem Propheten, wir sind Universum von ihnen, Universen, besser gesagt, Sterne. Aber was ich bei euch nicht verstehe, wenn ganz ehrlich, du ziehst die Handschuhe, lasst mal daneben stehen, du hast Hack oder nicht Hack. Leute, er liebt woanders, wegen trinken, bitte. Du meinst den Hadith, dass wenn jemand dich in Ramadan während du fasten bist, also während du fasten bist, sozusagen wütend macht, verärgert und so weiter, dann sagst du, dass du fasten bist. Ja, dreimal oder nicht? Muss man dreimal sagen? Du, die könnte genau so sagen. Ich bin am fasten, ich bin am fasten, ich bin am fasten. Sagst du das denn die ganze Zeit, wenn du diese Fitna machst? Aber nimm mich nicht als Vorbild, ja? Ich soll dich abschuldigen? Nein, nein, nein. Ob du gerade Ausdrücke gesagt hast? Du, zeig, zeig, zeig Grüße, bitte. Entschuldigung, ich glaube, ich ist live jetzt. Aber so, ich möchte, ich möchte, dass ihr, in scha'Allah, bei mir live kommt, und ich auf seine Frage, und wir wollen alle ghen. Wir wollen alle ghen. Und bismillah, für Allah, azzawajal. manne ich sei auf sie�runden. Und ich bin Danke, und ich bin Parce, Ih habe sie 8 Jahre bei ihnen. all of die noch gar nicht und ich bin? Den produits ich vasch. Ich mache mich im schimpelang. Ich mache mich in kein vanchez. Ich mache mit ihm kein screen. Ich mache Ihnen nichts. Ich mache mich mit ihm. Ich mache mich mein geben. Nein, nein. Ich sage ihnen, und ich macheitty, und ich sage nobody und ich sage ihnen, iketst général, ohne ohne divor, Okay, aber das ist schon das dritte Mal, Arafat, das dritte Mal, dass er das mit mir macht. Und heute lasse ich ihn nicht durch. Und danach macht man es live. Ganz einfaches Spiel. Okay? Und wir hetzen hier nicht gegen. Guck mal, ich kenne auch unser Spiel. Jetzt, wenn ich mich mit ihm vertrage, werden wir doch wieder... Ich habe mich schon zwei, drei Mal versucht, von ihm zu trennen. Ich werde immer irgendwie wieder mit ihm in Kontakt kommen, weil wir alle zusammen live gehen. Ja? Ja, oder? это halt nicht? Es ist egal, es ist immer noch ein Fach, Marc. Nein, aber Arafat, es ist wartet. Ist gut, ist gut. Ibo wartet. Warte, kommt bei mir rein. Und in Sha Allah. Okay, ab und noch, komm auch rein. Sollen wir jetzt offline, alle zu dir? Ja. Aber Marc, nimm mich an. Bitte, bitte. Vergiss mich nicht. Ey, bist du beschwäkert? Nimm mich nicht an. Lass ihn mal draußen. Ja. Er ist der größte Fitner in dich. Ja, bitte, ich rede nicht, außer du Marc. Ja. Leider. ARD Text im Auftrag von Funk Wollah, ich werde sehr vielen Leuten hier X machen. Wollah, sehr vielen Leuten. Wollah, ich verstehe, Respekt habe ich vor dir. Bei diesem Junge, guck mal, ich will dir nur was sagen, ganz kurz. Ich will dir aber ganz kurz was sagen. Ich kann dir sogar schicken, wie der sich benommen hat. Und dann, was ich mir SMS geschrieben habe. Aber die schlimmsten Wörter, die ich in meinem Leben nicht gehört habe. Ich weiß, Ibu. Ja. Du bist Muslim, oder? Alhamdulillah. Vergibst du für Allah? Nicht für mich. Komm bei mir, Freundschaftsanfrage. Guck dir mir erst mal ein Video an und danach... Komm, Freundschaftsanfrage. Komm. Du, geh mal raus und komm, Freundschaftsanfrage. Ja, Allah. As-salamu alaykum. Na yo, alaikum. B Ich will ein paar Mal schrafen. Ich will ein paar Mal schrafen. Abohamza? Ja, ich bin. Mit dem? Mit dem? Mit der Hand? Mit der Hand? Mit der Hand? Ja, klar. Okay? Ja. ich k 210. Abohamza? goes für Queens Was für jemanden? Was für jemanden? den Mann. Warum nicht und du? Und den Mann. Es macht mich nicht mehr anwohli, um dich zu làm. Ich relevere mich wie ein Schoer zu meinen Schoenen. Ich bin aber auch, dass ich um die Rede nicht mehr meine Gelegenheit habe. Ich meine, ich bin auf den Schoen. Warte kurz, warte kurz. Wo ist Barillo eigentlich? Faut, faut Barillo, schreib mir die ganze Zeit. Ich sehe ihn nicht. Junge, wie ist denn dein Account, Junge? Barillo-Kink. Warum weiß ich ihn nicht? Mach mal, wie heißt es? Arafat, er hat die geschickt. Was hat er mir geschickt? Eine Anfrage, Barillo-Kink. Er hat auch hier in der Zahnnamen, ja. Sehr, sehr. Okay, when Yusuf, wo ist Yusuf? Wo ist Yusuf? Wie heißt Yusuf? As-salamu'alaikum. Ja, du da. Und du schmacht. Mir sind sie aber immer wieder angekommen. Nur, nach dem Gesamhnten, 이는 deinigst. K expensive koche? Ich tue ja du da. Und ich teinigst, mit denen du das alles heisst. Ja, du hast du das gemacht. Und weiterhin schmacht. O'濟? Ja, du bist der是我, teinigst du. Nein, ich wünsche dir das Wort, noches ab und bitte. Du bist als ob jr. Das, du bist richtig und wenn du bist. Du bist du mit den Tragenst. Du bist 30x und 40x hier. Du bist du da hier. Du bist ein, ich sage da. Ich sage dir, du bist wichtig. Okay, jetzt wollen wir Yusuf rein. Wie heißt Yusuf? Yusuf. Wie heißt Yusuf? Wie heißt Yusuf? Yusuf. Uppelan O-U-Saf. Okay, wie viele Leute können Sie bei uns reinholen? Nee, es gibt keine mehr. Soll ich offline oder? Islam Quiz, könntest du vielleicht abieren? Bismarck, da du die Vertragung hast, du die Habib wird lasch. Habib, Allahsalaam. Sehr gut. Bevor Abonau rausgehst, kannst du rauskommen. Er schickt die Losen, folge ihn. Warte. Jusuf, Jusuf. Wie wird er geschrieben? Yusuf, Yusuf. Yusuf, komm, ich meine, oder? Heißt der Yusuf, komm? Jungs. Mit palästinensischer Flagge, er hat eine palästinensische Flagge. Und da seine Namen. Also ganz oben, bei Zuschaueranzahl. Bei Zuschaueranzahl, oben siehst du, das Zweite. Ja. Den musst du folgen. Ich folge jetzt. Soll ich ihn Gast einladen, oder was? Ja, als Gast, ja, wie sonst. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Jusuf, wie ich gesagt habe. Alhamdulillah, wie geht's ja. Guck mal, Bruder. Wir reden hier mit Anstand und Respekt. Natürlich. Und gilt für alle. Und wir sind ein Vorbild für die anderen Leute. Und wir sind alle Muslims. Es ist mir egal, ob Kurde ist, ob ich Palästinenser bin, ob er Kurde ist, ob er Türke ist. Diese ganze Nationalität interessiert mich nicht. Okay? Und wir brauchen uns nicht hier aufzuschappeln. Du bist dies, du bist das. Ich bin stärker. Und er hat die stärkeren Eier. Wenn ihr alle so stark und keine Ahnung was macht, ja, dann lasst uns das beiseite. Ibo, Jusuf. Ihr seid Brüder. Erstmal im Islam. Natürlich. Wenn jemand die andere Mutter beleidigt, hat er seine eigene Mutter beleidigt. Egal wer von euch. Danke. Ich will auch gar nicht hier ein großes Thema aufmachen. Rede nicht, rede, hör zu. Danke. Ibo, wir brauchen hier nicht Eier zu messen. Hier gibt's keine Eier. Ich habe mich bedankt. Habi, Jusuf. Richtig zuhören. Schöne Worte. Für die wahren Worte. Guck dir mal an, wie ihr redet. Warum machst du das? Hallo? Was habe ich gesagt? Ibo? Gibt's kein Ihteram und kein Adab mehr? Für dich gibt es immer. Wenn für mich, sei leise. Wir brauchen nur das hochzuschauen. Ich bin Palästinenser, ich bin Kurde. Das interessiert mich alles gar nicht. Wir sind Menschen und Menschen. Deswegen. Für Allah. Für diesen heiligen Monat. Für die heiligen letzten Tage. Vergibt euch. Und im Samih Karim. Wer vergibt? Allah ist der Allvergebende. Wollt ihr euch nicht vergeben? Wenn ihr euch vergibt. So seid ihr bei Allah. Alhamdulillah. Sauber. Jeder kann Fehler machen. Manche Leute sagen den Schöpfer Ausdrücke. Die sagen den Schöpfer Ausdrücke. Und wenn sie sagen, Ja, Rabb, Samihne. Allah vergibt ihn. Okay, Jusuf, Habibi. Ich bin auf dein Wort. Ich bin ewig als mein großer Bruder. Und egal in welcher Hinsicht. Ich habe von deinem Teller gegessen. Habibi, Jusuf. Und ich bin mehr als dankbar dafür. Und dein Wort hat Gewicht für mich. Egal was du sagst. Auch es gibt es Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist auch eher zufrieden als für Krieg. Alhamdulillah. Alles ist gesagt. Egal in welcher Hinsicht. Egal in welcher Richtung. Ich gehe beide Wege. Guter Weg. Ich bin dabei. Schlechte Weg. Wir gehen nur guter Weg. Nein, nein, nein. Wir wollen gar nicht schlecht reden. Wie gibt es keine Schlechte Weg? Ibo, du genauso, Bruder, jetzt? Ich muss meinen Weg gehen. Ich gehe meinen Weg. Ich vergesse, dass du nachher was passiert ist. Alles. Alhamdulillah. Okay? Klar. Aber du weißt, Bilal will auch rein. Der mit uns letztes Mal war. Läuann, sab immo vorhin gerade eben richtig. 100 Prozent. Alles gut. Alles gut. Wohin, Bilal? Michi, schick mal Anfrage, Mohammed. Er ist Miki BLN. Insha'Allah. Einer muss raus. Auch Ibo. Mit Bilal, insha'Allah. Machen wir die Kheer. Warte. Er ist erledigt. Bruder, dein Kater ist alles okay. Kein Problem. Nur wegen deinem Kater. Ich bin einverstanden wegen dem. Egal welcher Grund. Hauptsache Kheer. Bachelo. Hamza. Miki strich unten BLN heißt der Arafat. Ich kann nicht mehr als sechs reinmachen. Einer muss raus. Gib mal raus, Bachelo. Also, Amza ist irgendwie unnötig. Also, würde ich mal sagen, oder? Bachelo, geh mal raus jetzt. Soll ich rausgehen, Papa, oder? Ich wünsche dir. Fünf Minuten. Fünf Minuten, ich komme zu dir. Okay, ciao. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wo sehe ich Miki? Miki strich unten BLN. Der soll irgendwie eine Faxe machen. Bela, schick mal, Mohamed, schick mal irgendein Ding da, Bruder. Ah, hier. Da, Rose hat geschickt gerade. Hast du gesehen? Schick mal nochmal. Hier, Herz, Herz. Ja, da. Sehe ich ihn oben? Ja. Ja, hey, da. Schau, schau, schau. Schau, schau. Ja, Faij. Assalamu alaikum. Danielu, assalamu alaikum. Habibi Mحمad. Mحمad, habibi. Bac plat. Habib ma, habib ma. Habibi, habib ma. Habib ma, habib ma. Habib ma. Okay? Mحمad. From Allah. E nti muslim ane muslim. Asaaf. Ich habe immer wieder mit dem Mittag. Ich habe immer wieder mit dem Juhla. Ich habe immer wieder gepackt. Ich habe immer wieder deine Mutter und deine Schwester und deine Schwester und deine Schwester und deine Schwester. Vielleicht meine Schwester oder ich und deine ganze Familie und deine Schwester. Alles. Du weißt, wo wir uns kommen. Du weißt. Die er benötig. Hat kein Angst von niemandem. Hat kein Angst von niemandem. Statt das Mal erinnert. Hier, der auch man am Ersten Zeit. Gehelle Hadi am Nabi. Gehelle, Gehelle. Gehelle, Gehelle. Gehelle. Jetzt come ist er. Imừng und ich hab mich das Angelegen. Ich hab mir das nicht getrunken. Wenn auch einer verletzt ist, dann sollte er nicht reinkommen. Dann soll er eine Nacht drüber schlafen. Eine Nacht drüber schlafen. Und dann wieder, einfach nur manchmal, egal wie man verletzt ist, rausgehen. Zwei Nächte vielleicht überlegen, wieder runterkommen. Und dann redet man. Und das macht man hier nicht vor tausend zuschauen. Hier, das ist das. Ich möchte die Frage von Mohammed und Abba Kut alleine reinkern. Ich möchte mit dir sprechen mit dir über Hedung. Was ist das? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Habibim. Habibim. Was ich habe, nichts. Guck mal, Arafat. Ich bin bei Kurt Ibu reingegang. Habe mit ihm respektvoll geredet. Ja. Er hat direkt wieder geschossen. Und hat mich rausgeschmissen. Und hat, nachdem ich weg war, immer noch im Live gesagt, ich ficke Punkt, Punkt, Punkt. Und ich sage dir, guck mal, Arafat, Habibim. Du bist ein Bruder von uns. Alle von mir können. Wir kennen uns von Kindheit. Aber dieses Wort hat bis jetzt noch niemand mir gesagt und ist ungeschwund davon gekommen. Und ich sage nochmal, ich lasse diesen Mann nicht in Ruhe. Ich schwöre auf meine Mutters Tod. Auch wenn Ramadan ist. Und ich sage mal, ich sage mal, ich sage mal, ich sage mal. Ich sage mal, ich sage mal, ich sage mal, ich sage mal. Du meinst, du hilfst deine Mutter, was du hier machst? Nein. Nein, hilf mir. Aber hilf mir. Mein Gebißen. Allah. Mein Gebißen hilf. Reden Sie sich ein bisschen. Daniel will Jesus, Herr, wie ist das denn. Ich kann nicht sagen, was er ein bisschen. Was soll ich, was soll ist. Ja, das ist noch. Herr sagte, was er macht? Hundert einmal. Ob ich sie nicht? Ob ich sie nicht? Ob ich Sie nicht. Und du hast zu eröffnen, es gibt einen Auftrag zu eröffnen Gott hat die Sprache und eröffnen ihm. Geheb 1, in alle die Menschen und die Strecke, Ich weiss, in alle Menschen, in alle Menschen und die Menschen Wir müssen überlegen, was ich zu eröffnen noch etwas? Nein, ich stehe dir nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich sage gleich zwei Dinge. Wir müssen das Zeilen unternehmen. Es ist ein Angelegenheit. Wir müssen sie wissen, wie es erlaubt. Aber wenn du wiederst und zurück in der Rufe, und zurück in der Rufe, dann sagst du dir, du bist ja auch, was du willst? Ja, du bist. Ich bin ich von mir, ich bin ich, du bist eine Erwartung, in diesem Jahr. Wenn du ja, was er, ich hab meinen, Das ist richtig. Ich verzeih ihn. Du hast recht. Natürlich, ich verzeih ihn. Aber, 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 ich werde ihn trotzdem nicht dieses Wort benutzen. Ich werde ihn trotzdem zeigen, wer man ist. Ich werde ihn trotzdem sagen. Ich werde ihn trotzdem sagen. Ich werde ihn trotzdem sagen. Aber, aber, ich werde ihn trotzdem sagen. Aber, aber, du kannst mir nicht sagen, das kannst du mir nicht sagen, wenn das jetzt auf dich hinausgezogen wäre, dass du mir diese Argumente gibst, Arafat. Doch, kann ich nicht. Niemals. Ich sage dir warum. Und nimm mal, ich würde so reagieren wie du. Ja? Das ist alles nur vom Scheitern, nicht vom Islam. Nur, ich sage, ich rede jetzt, Alhamdulillah, ich bin nicht betroffen. Ich bin auch, jetzt mal, indirekt bin ich auch betroffen. Ich bin auch betroffen. Weil deine Mutter ist meine Mutter. Ganz einfach. Wenn jemand seine Mutter auslösen hat, er hat meine Mutter auszulösen. Und das sollten wir mal langsam verstehen. Und nicht... Ich habe nichts damit zu tun. Ich habe nichts damit zu tun. Anna, ich habe meinen Mund gehalten. Mohammed... Ich sage dir warum. Wenn ich nichts damit zu tun hätte, Mohammed, hätte ich ihn nicht gerufen, dass er sich bei dir entschuldigen soll. Okay? Weil ich bin kein Scheitern, in dem ich sage, ist mir egal. Nein, ist mir nicht egal. Immer gali alai, sei gali alai. Ich sage dir, was für einen Ratschlag hast du auslösen, dass man ihn verzeiht? Das ist eine Frage. Ist er befreundet? Und er will er für ihn? Und er will er für ihn? Er will er für ihn? Er will er für ihn, er will er für ihn, und er will er für ihn. Ja, was denn Al-Fatih will? Wenn du schon einen Kompromiss geben willst, Bruder, das ist, wie du sagst, eine Nacht, zwei Nacht darüber schlafen und dann kann ich sagen, Allah ist für ihn. Aber er soll mit 3 machen. Guck mal. Ja, es ist mal, es ist mal, es ist mal. Es ist mal, es ist mal. Ja, Mohammed, schlaf du doch ein, zwei Nächte drüber und sag mir, und ich bin hier. Wallah, aber Al-Fatih, ich kann nicht schlafen, Bruder. Ich habe vor, jetzt um 10 Uhr runterzufahren, Wallah. Ich kann nicht schlafen. Ja, leider. 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 Leider, Bruder, leider. Das ist eine Ehrensache, Bruder. Bruder, sorry, dass ich euch spüre gerade. Samhoni, dass ich gerade spüre, aber jetzt, er ist live, er beleidigt uns. Immer noch, ja, immer noch. Guck mal, Arafat, ich kenne dich von meinem Onkel so an sich. Vielleicht kenne ich mal Neffen von dir, Bruder. Ich will mich auch nicht zeigen gerade. Und wie am Ramadan lebt, lebt Al-Qadr ist noch gerade. Man sollte eigentlich kein Fitna machen, Bruder, ja. Aber dieser Kürt-Ibu, Bruder, sorry, dass ich ihn jetzt gleich beleidige und seine ganze Familie beleidige, Bruder. Kona Hsameinno. Kona Hsameinno. Nein, ich habe hier. Arafat, guck mal, ich sag dir ehrlich, Bruder. Man möchte Kona Hsameinno und man möchte Ashab kommen. Arafat, Bruder, wenn es sein muss, Bruder, ich will nicht mehr ins Paradies, Bruder. Wenn er uns beleidigt, Bruder, wie ficken seid, Bruder. Egal, wer das ist. Glocken, Bruder. Glocken, Bruder, ich will nicht mehr. Glocken, Bruder, ich will nicht mehr. Glocken, Bruder. Glocken, Bruder. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Lass dich trotzdem. Er soll hier vor dem Mitte trotzdem entschuldigen. Glocken, Bruder. Entschuldige, Entschuldige. Außerdem, Arafat, hast du das mitbekommen, dass er irgendwelche Neuköllner hier auf uns gehört hat? Auf Yusuf? Das ist auch gut. Nein. Aber es kann ja durch und durch. Irgendjemand von der Köln sagt auf einmal Ausdrücke zu Yusuf und so? Wer denn? Irgendjemand von der Arena, Boddystraße, die denken, die sind Rambos. Ja, Telematul. Gibt es nur zwei Optionen eigentlich. Wieso? Aber alles. Wie gesagt, wir versuchen den Herweg, und nicht, wie wir unschuldigen uns? Wieso? Ja, ich will. Wieso? Ja, ich will. Wieso? 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 Ja, ich will. Wieso? Ja, ich will. Wieso? 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 W הב� when Istanden? Wieso? W Sonyą? W Details. Wieso? Wieso? Das ist nicht so gut. Wir haben nur ein Rauwäer und wir haben eine Möchtung. Aber sie haben wir einen Rauwäer. Lass du nicht auf dich? Das ist sehr gut. Das ist ja gut. Das hat mich nicht so gut. Das ist einfach nur ein bisschen. Das ist nicht so gut. Wie? Du musst dich nicht so gut. Ja, du musst dich nicht so gut. Ich würde nur gerne was sagen, wenn ihr merkt, dann gehe ich auch raus. Erst einmal, man hat das Gefühl, dass die ganzen Leute, die hier auf TikTok die ganze Zeit reden und Fitna machen und sich schleiten, als würden sie keinen Schöpfer haben, als würden sie keinen Gott haben, sie verhalten sich leider so. Die meisten. Wer sich angesprochen fühlt, soll sich angesprochen fühlen. Wir werden an einem Tag zurückkehren, wir werden an einem Tag zurückkehren zu unserem Schöpfer und wir werden unter der Erde liegen und dann nützt uns unsere ganze, diese ganzen Geschichten nutzen uns nichts. Das Einzige, was uns nützt, ist, sind unsere guten Tat. Das, was wir jetzt Chance hatten, in dieser Nacht zu machen, einmal, subhanallah, zu sagen, in dieser Nacht wäre vielleicht besser, als diese stundenlange, ich weiß nicht, was gemacht wurde, aber subhanallah, ein, 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 subhanallah wäre vielleicht besser, als diese ganzen unnötigen Diskussionen. Allah subhanahu wa ta'ala, unser Schöpfer, unser Schöpfer, wer hat ihnen glaubt, der hat auch seine Worte, sagt im Koran, Ja, eyyuhal ladzina ámanu, Ja, eyyuhal ladzina ámanu, innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu bayna akhawaykum. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder, so stiftet Frieden unter euren Brüdern. So, und das ist das, was unser Bruder, Allahumma barik, Arafat, hier versucht, und trotzdem, subhanallah, Allahumma sallallahu wa ta'ala, wirklich, das ist sehr, sehr traurig, wir werden am jüngsten Tag, jeder Einzelne hier, für jedes einzelne Wort, Wir werden zu Rechenschaft gezogen, für jedes einzelne Wort, was wir hier von uns geben, und wir werden Blut weinen, wir werden Blut weinen, bis sogar Schiffe da drauf fahren können. So schlimm wird es sein, wie es überliefert ist. Und deswegen, wir sollten uns Gedanken machen, was wir machen können, bis wir drücken an Gutem, und diese Fitna, subhanallah, das ist ashaddu minan qatil, wie Allah im Koran sagt, an einer Stelle, und an einer anderen Stelle sagt er, akbaru minan qatil, größer und schlimmer, die Fitna ist schlimmer, als das Morden, und der Mord, wir brauchen nicht darüber zu reden. Deswegen, meine Brüder, schallallahu al-hamdulillah, schallallahu al-hamdulillah, schallallahu al-hamdulillah, Allahi, wallahi, du weißt, wenn dich das zum Paradies führt, da keine Ahnung was, oder weißt was, was und sie sich das bei 10 von ihnen zu acheten, Das ist eine Ahnung, das stimmt, nicht eine Ahnung, diese Ahnung, was du willst, was du willst? Was dulaieren, ich habe dich erst an, in Allah, ich will... und ich will dich, wenn dich immer, wenn du das Leben haben, du dich ihr macht, das Leben mitzahlen, Gibt es doch eine Ahnung, dass du die Chance genommen hast? Ich will dir das Leben, wenn du dich noch nicht mehr mehr machen kannst, wenn du dich nicht mehr machen kannst, ich will dich nicht mehr werden, wenn du dich um diesenあーlich erlaubst, was du mitzuholen, Zuhaven. Wenn du dein Warten schreibst, können wir uns aufsidesstellen, wenn du es nicht gegen dich gebetst. Du kannst auf einmal mit dir, wenn du nicht vieles wirklich überlegen. Aber wenn du keine Muslime sagenst, wenn du nicht auf du «Geben, selbst in Allah» und du selbst, wenn du nicht auf die Welt und du Dinge eins dran bist, du hattest. Du kannst das alles. Wenn du mit dir nicht überwinden, wenn du auf die Welt te destroyingst, wenn du nicht überwinden Tag ein robben, Lieber du denken uns an? Das ist das so? Das ist das? Das ist das einfach... .. ... Frank 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 ... ... ... ... ... schoof scho عم بقوللك ها. عم بقوللك اللي بيسب امك ساب امي وبس قلطو. آآ. ابو تعانك. هي بس تلقطو انت بس. عاللحية هي اللي عملت اللي يا تأسا انت هيك. ازا ما حالف عرض فيه. شانه وحيتقسف لك. وحقك يتقسف لك مية بالمية. خلاص. عليها مش Ja, aber ich konnte nicht mit ihnen normal reden oder nicht so was sagen. Ja, ich konnte nicht mit ihnen normal reden oder nicht so was sagen. Aber ich habe, ich habe, guck mal, ich war bei ihnen im Live, ich habe normalen Gerät ohne irgendein Ausdruck. going, ohne irgendein Ausdruck. Nein, er hat gesagt, die Kugel, ma Kugel kommt zu dir irgendwas mit Kugel. Ich bin dann schon durchziebt von Kugeln, ödme allmöien. Ja, okay, okay. Ist ja besser, okay, okay. Ist ja besser, Hamza, wie ist er? Wie ist das die Filme in Hindi? Ja, ich weiss du auch. Ello? Aber ich weiß, was ihr auch? Ja, hey, ich hab ihr ihr, was du? Du hast du Alli-Allem? Du hast du alles. Du hast du am Rnau, was du hast du? Du hast du einen, du hast du bock, du hast du? Ja, du hast du. Ne? Du hast du jemanden? Es ist er. Der Erste Woche da. Mit dieser Woche ist eroport. Ich hab damit. Das ist 100%. Das ist 100%. 100%. Wollah hi, bei Habou Nuh, wotnisch mal rein. Acksem mit Allah. Kein Nabli, Abou Nuh, Allah ybärk vif. Wollah so geht das nicht. Wollah, ma buoğlu. Bistat salho. Maat futu mau, maat futu, hadda misch'ala baadu. Maat futu mau jungs. Ja okay. Alles, alles, alles. Alles, 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 alles. Alles, alles, alles. Alles, alles, alles. Allah erheideh'e al-kher. Erhideh'ein. Gehideh'ein. Nichts! Nichts! Ich bin zauber, aber richtig. Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Ich rufe Englisch. Okay, ich rufe Englisch. Ich rufe Englisch. Ich rufe Englisch. Komm, komm zu uns. Okay, komm. Du, du Englisch rein. Ich rufe Englisch. 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 Wieso? Guck mal, wie er aussieht. So ein guter Junge. Ich rufe Englisch vor dir. Wie du aussiehst. Wie du aussiehst. Du hast vor mir 10 Stichel gekriegt. Für dieses Alten. Wo ist er denn jetzt, Mann? War schon final. Hey, Barello. Ist das normal, dass meine Kunde nicht zugehört ist? Ich bin seit 4 Stunden am Blei. Junge, du hast mit TikTok-Manager geredet. Tu nicht so. Du kennst TikTok, ne? Hey. Ich komm gerade wieder ein bisschen runter. Boah, ich war gerade am Brennen. Boah, ich hab die Flaschen. Ich hab die Flaschen alles kaputt gemacht. Ich rufe Englisch. Von Wut. Was war mit dir und mit Hamza los? Mit mir und mit Amidoudi. Die haben Khe gemacht. Was war denn los? Wegen was denn? So ein ungewolltes Khe habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Hey, Umba Allah. Noch nie in meinem Leben, Bruder. Ja, okay. Kheer ist Kheer, Junge. Ungewolltes Kheer. Mach doch Kheer und Kheer. Mach alles. Ich mach. Ich mach. Ich mach. Ich hab Kheer gemacht. Ich hab Kheer gemacht. Aber... Barello. Beleidigt. Von A bis Z wird heute nicht gesperrt. Warum? Kürtl-Boys. He? Barello. Hat jetzt Tiktok-Songel-Sondergenehmigung für Sonderschüler genau? Ja, das hat irgendwas geklärt. Keine Ahnung. Harbi, lan. Adam kütlen. Hamla. Wie hast du Mitarbeiter in der Richtung? Was machst du Hamla? Du, Abi. Bruder. Ich hab ihm Tablet in seinen Kaffee geklärt. Hör dich, halb. Leute. Wir wissen. Wir wissen. Wir wissen, Kürtl-Boys. Wir wissen nicht. Danke. Bruder. Weißt du, was ich für dich gemacht habe? Hast du mich reden hören dort? Ne. Wo ich gerade live war. Ich meinte, zu Yusuf. Ich bin auf E-Bus Seite. Jawollah. Du bist hier reingegangen wie ein Kass. Du bist ein Möbel. Ich meinte. Hört mal zu. Ich kenn euch zwar. Ihr habt gesagt. Ihr habt gesagt. Ihr habt gesagt. Wir stehen hinter Hamza. Egal was ist. Auch wenn er es nicht gesagt hätte. Ich hab zu Yusuf gesagt. Guck mal Bruder. Ich hab dich vor paar Tagen kennengelernt. Erwachsene Männer. 5 Uhr. Du lässt von über anderen. Erwachsene Männer. Assistik durch Deutschland. Überleg mal. 500 Menschen. 500 Menschen. 500 Menschen. Erwachsene Männer. Du hast von ihnen Hand gemacht. Ich bin der Früh. Einstatt überhaupt. Kürtl-Boys. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich kann dir gleich schicken. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich hab selber. Hab ich dich gesagt. Dude. Soll ich mich anziehen. Ich stehe auf ihm zur Seite. Bin ich dich aufgestanden. Wallahi Billahi. Ich werde Schuhe von Barella nicht mit diesen Leuten tauschen. Barella ist ein Mann. Wallahi. Er verdient alles. Ich schwöre. Egal was Barella macht. Barella ist ein Mann lang. Der würde dich in 5 Minuten hintergehen lang. Wenn du drauf hattest. Aber hey. Barella hat einen zwei Jemanden Respekt. Barella ist loyal im Internet. Im Internet hat er mich auch viel beschützt. Aber ein echter Lieber. Der würde 2 Minuten aufhauen. Aber so macht. So wenn er jemanden nimmt. Dann bleibt er auf deiner Seite. Weil er was auch sagt. Dude. Ich habe ja mein Leben. So dränkige Leute. So habe ich noch nie gesehen. So Leute haben so nie gesehen. Kann einer von euch kurz raus. Weil Arafat will reden hier. Mit ihm und so. Bruder. Ich geh raus. Lass du die bleiben. Der war am Anfang an. Ich geh später. Engel. Mein Support hast du immer. Ja. Siegt dir. Aber du warst auf 10.500. Hey. Wie viel sicher warst du jetzt? 3.500. Mit Backup-Account. Mekst du was? Der alte Barella in der Früh nur beim Kockenziehen. Ja. Sei mal leise. Mit Backup-Account. Der alte Barella nur beim Kockenziehen. Mit 8.000. Ja. 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 Ich bin sehr nett. Ja. Ja. Ich bin sehr nett. Ich komme gleich live. Okay, pausierst du oder wie? Ich pausiere nur kurz. Okay. Hey, feier feier. Was los? Ich weiß nicht, was los ist. Also, die telefonieren jetzt auf jeden Fall. Alle 4200 Menschen, die drinnen sind. Oder Leute bei Arawad, bei Dudem, Kötibo. Alle auf Plus drücken, Leute. Da hast du mein Backup-Account, Leute. Hey, bei mir auch. Ja, Mama. Junge, ich hasse es, wenn ich gesperrt werde. Ich war auf Haupttag und eine Woche. Mach doch mal für mich Werbung. Ja, okay. Mach bloß auch bei ihm. Die Leute haben mich vermisst. Die wissen schon, ich wurde gesperrt. Aber bei dir... Bei dir, ich weiß nicht, ob die Bock auf dich haben. Weißt du? Aber okay, weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Ich entfolge dir auch. Wallah? Aber wieso mir? Okay. Heute, ich werde gleich nach dem Stream so viele Leute entfolgen. Wallah, ich werde richtig viele Leute entfolgen. Ja, okay. Nach zwei Wochen folgst du dir wieder zurück. Schimmer ein bisschen. Ich werde dir entfolgen. Wirst du sehen. Danke, Nalis. Du kannst aber nicht, dass vier Leute da drin sind und dann stehst du ganz allein und dann sagst du, hast mich reingenommen und so. Wer ist das? Soll ich jetzt reintun? Danke, Ali Barton. Nein, 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 nein. Hast du was gegeben? Bruder, ich will mit ihr nicht mehr live geben, Bruder. Ist doch, Sache ist doch geklärt. Bruder, mach auch inzwischen, in Zukunft nicht mehr diese Fitnam, oder? Ja, okay. Wallah. Danke, Juanis. Ich gehst dein Herz. Ey, mach in Zukunft nicht mehr diese Fitna, auch so, dass du die reinholst. Ey, ey, ey. Olaf Scholz schreibt. Hol mich rein. Hol mich hoch. Wer ist das? Olaf Scholz. Ne, ist das Fake-Account. Bruder, was ist mit Arafat? Warum hängt der? Ich schwöre, ich dachte, der Präsident sagt, hol mich hoch. Wallah, er würde dich direkt abschieben. Babari. Der andere hat so lange gehangen, dass er aufgegangen ist. Was? Arafat, warum hängst du, Bruder? Du hängst voll. Du bist jetzt nicht mehr. Du bist jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Hä? Warum hängst du, Junge? Du hängst im Kopf. Wallah, ich krieg mir diesen jungen Zahnschmerzen. Wallah, ich krieg mir diesen jungen Zahnschmerzen. Wo ist das wieder, ja? Wallah, dem werde ich jetzt. Ich schwöre, bei Allah, ich werde ihn nicht stumm liegen. Aber Wallah, Bilo, Papa, das wäre ein Mann gewesen. Wallah, das hat geher gemacht, ja? Weil die Leute wollen sich... Wallah. Okay. Okay. Wer mal leise jetzt? Nee. Ibu und so kommen jetzt zu mir als Gast. Sollen wir wieder? Der andere auch. Bleibt kurz drinnen, ich gehe raus. Ich komme gleich zu euch. Okay, okay. Gehst du? Bruder Ibu? Ja. Kommst du zu mir als Gast? Ich hole ihn als Gast rein. Nee, lass uns alles ein Mensch machen. Mit Parano. Ja, ein Mensch. Und dann, oder? Nee, ich mache Spaß, ja. Ja, Menjek, Junge. Junge, was für ein Matchsticker? Ihr habt doch ganz andere Probleme, Junge. Junge, ich sage, oh mein Gott, er will Geld machen mit dir. Ey, Arafat, Arafat. Wem nimmst du jetzt als Gast alles rein? Nur wir drei. Niemand anders. Und mich auch nicht? Nein. Auch nicht. Nimm du die rein. Kann ich? Nein. 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 Ja, gar nicht. Sagt der Junge, lass Mädchen das Geld machen, Junge. Das ist Geld machen, Junge. Ja. Wollah, ich geboren, diese Leute nicht. Wollah. Dann, die Mädchen. Komm, Ibu, geh raus. Wir gehen und kommen wieder. Wir kommen wieder. Ehrlich. Du, die hast du dein Handy? Mach laut, bitte. Mach laut und nimm an. Okay. Ich mach ein Kehl. Verlierer. Ansage an Kurt Ibo. Verlierer Ansage an Hamza. Ich mach an Hamza, du machst an Kurt Ibo. Junge, hast du nicht Kehl gemacht? Nein, Junge. Nein. Weil sonst sagen die Leute wieder Barallo ist schuld. Nein. Wollah, bei Arafat hat alles geklärt. Mach Spaß, Leute. Ich mach Spaß. Keine Ansage. Ich hab Kehl gemacht, aber ich will mit ihm nichts zu tun haben. Warte. Danke, Sandy. Warte. Übersetzt. Übersetzt dabei, bitte. Arafat sagt, ich hole ihn jetzt rein. Wegen mir. Wegen mir. Wegen mir. Bitte beleidige nicht und sag nichts Falsches. Er sagt, alles nur wegen dir. Dann sagt Arafat, ich hole ihn jetzt rein, weil du machst ja mein Gesicht runter. Okay. Wo bist du, Ibo? Kann bitte einer Brandstifter 030 stummen, dieser Maniac, wer immer auch du bist? Ja. Ja. Allaikum salam. Bitte. So mit mir. Guck mal, normalerweise, ich hatte von Arafat, hab ich gerade mit den Augen gesprochen. Ich kenn dich gar nicht. Du hast normalerweise mit den Sachen nichts zu tun. Aber das ist für mich und Mustafa persönlich. Meine Familie haben dich auch nicht rein. Ist das stimmt oder nicht? Jetzt bist du in die Seite reingekommen, du weißt die ganze Sache nicht. Ich will nur sagen, was ich deinem gesagt habe, ich nehme zurück. Und alle, Arshau, wenn ich sage. Wie sein? Kann ich mich. Kann ich mich. Kann ich mich? Kann ich mich. Kann ich mich. Kann ich mich. Wie sagt? Mohamed, Ibrahim. Seine Mutter. Es wie meine Mutter. Seine Mutter, Rahmatallah, ist gestorben. Ich bin alle gleich. Du bist ein Münder, ja. Bitte eine Albo und sich Alba Kino stummen. Genau Leute. Jeden stummen, bitte. An Albo, jeden stummen, der was reinsteigt. Ich bin auch 180, ja, ich bin 40 Jahre alt, ja, jeder kommt, aber mein Sohn ist 18 Jahre alt. Meine Sohn guckt sich daran, er sagt, diese Metall in deiner Arsch rein, Bruder, das tut ihr nicht weh, oder? Das geht nicht, ja, ihr kommt die Sache weg. Ich will dir was sagen, ich will dir was sagen, ein Metall, nicht Metall, das ist eure Sprache hier, ihr macht zu schuld, das ist nicht mehr ein Problem. Du hast dich gerade, weil sie entschuldigt wegen seiner Mutter? Ja, du hast gesagt, du nimmst das zurück, und es tut dir auch leid, oder nicht einfach so, von Herzen.